Mabacher TV. Leute, ich nehme euch wieder mal mit auf eine Tour bei Klimt, ich bin eingeladen worden vom Radiofroh, die wollen mich interviewen, und ich dachte mir, dann nehme ich euch mit, jetzt sind wir in der Westbahn, wieder mal knallevoll, ich war zu spät dran, 17 Kinderwagen für 2 Plätze, und ich stehe hier vorm Klo am Gang, mit anderen Kindern und anderen Nicht-Kindern, die alle keinen Platz bekommen. Das ist das Zugfahrerleben. An kommt in Linz. Die Welt hat mich wieder. Lift suchen, links oder rechts. Auch in Linz gibt's schöne Frauen. Wir sind hier bei einer Zweigstelle des weltberühmten Leverkastbäppi. Jeder, der nicht Vegetarier ist und in Linz ist, muss den Leverkastbäppi ausprobieren. Wir sind jetzt hier drängter der Donau. Also über der Donau, also hier in Linz, in Oberösterreich, und das war jetzt ganz schön ein Stückchen. Ich muss noch mal die Einheimischen, Behinderten fragen, wie das funktioniert mit den Rampen und so. Wir sind da, wir sind da, in der Stadtwerkstatt. Ah, Kirchengasse 4, wir sind hier. Alles ist abgefuckt und links, aber der Lift ist high-tech. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Informativ, kreativ, theoretisch. Der gemischte Salat für Menschen mit Behinderung und jene, die es noch werden wollen. Die Sendung mit besonderen Bedürfnissen. Eine Produktion der Paradigmen wechselnden Informationsgesellschaft. Es ist kurz nach 19 Uhr. Ihr habt wie immer den richtigen Radios aufgedreht. Ihr hört die 34. Ausgabe von DSBW oder auch die Sendung mit besonderen Werten. Für die besonderen Bedürfnisse heute sind zuständig. Prof. Aschbarsack hinter Wischwold. So schaut's aus, Nikolaus. Hannes Spaubecker am ersten Mikrofon. Servus, grüß euch. Prof. Aschbarsack hinter Wischwold und meine Wenigkeit der Schlagaphobie habende Aglarex. Wobei Schlagaphobie unter Vorbehalt, weil nämlich der Prof. Aschbarsack wird, heute probieren mich zu heilen. Schauen wir mal, ob das klappt. Mit der Nummer, die hoffe ich auf jeden Fall. Als Studie, du weißt, haben wir heute den Hauptraumatik. Den werden wir ein bisschen am Zahnfleisch füllen. Bin ich froh, dass ich mir heute nicht beziehen muss hab. Ach, das machen wir dann doch. Aber aufhangen wir dann mit einer Nummer von Nirvana. Und zwar Come as you are. Hause geht's mit der ÖBB. Und ja, ich muss sagen, das ist gut so. Denn es ist ruhig, es ist bequem, es ist Platz, es ist die erste Klasse. Da gibt's keine kleinen, schreienten Kinder. Okay, gut, es ist auch Spiel am Abend. Spiel am Abend fahren keine Kinder. Aber egal. Es ist angenehmes Reisen. Nicht immer so barrierefrei wie bei der Westbahn. Aber wenn wir ehrlich sind, ich hab einen kleinen Sitzplatz. Und es war voll und überfüllt. Ende nie. Dafür konnte ich selber einsteigen. Und hier muss mir jemand helfen. Soll jeder für sich entscheiden, was besser ist. Ich mag beides. Und weiß, wann ich welchen nehmen werde. Ja, ich geh jetzt heim. War ein langer Tag. Es ist kurz halb elf. Wir sind wieder in Wien. Bezugsfahrt war angenehm. Aber es gibt doch ein Kind. Assistent ist auch schon wieder. Wien hat mich wieder. Das Fahrverhalten in Wien ist gleich ganz anders. Ein Boden viel griffiger. Viel fritziger. Ein Rolli fährt. Die Leute sind mehr. Du verstehst niemanden. Es ist stressiger. Schön zu Hause zu sein. Jetzt kommt noch einer meiner vier Lister. Nur noch drei Lister. Noch zwei Lister. Und jetzt habe ich eben noch zwei Lifte vor mir. Ja. Tja. Ich bin jetzt zu Hause. Den letzten Lifte den schenke ich euch. Ich werde mich hier verabschieden. Es war schön. Und wir sehen uns bald wieder. Beim nächsten Follow me around. Bitte vergesst nicht. Abonniert nabacher.tv. Und ja, schaut nächsten Freitag wieder rein. Okay. Also. Bis dann. Danke fürs dabei sein. Und in dem Fall. Gute Nacht. DERN GERAT Heroft DERN Bis zum nächsten Mal.